In diesem Video zeige ich dir Port Forwarding bzw. die Port Weiterleitung bei der Router Firewall. Die Port Weiterleitung brauchst du immer dann, wenn du einen Server erstellen möchtest, der über das Internet erreichbar sein soll. Das kann zum Beispiel ein Server sein für Teamspeak, Minecraft oder andere Computerspiele. Nur durch die richtige Einstellung der Port Weiterleitung können sich dann deine Freunde mit dem Server verbinden. Damit du die Einstellung zur Port Weiterleitung verstehst, kurz ein paar Basics zur Netzwerktechnik. Wenn du die nicht wissen möchtest, spring zu 2 Minuten 45. Wir haben in der Regel zwei Typen von IP-Adressen. Einmal die WAN-IP-Adressen. Damit werden Router im Internet adressiert. Dein Router und auch die Router deiner Freunde bekommen von ihrem Internetanbieter so eine Adresse zugewiesen. Über diese Adressen könnt ihr euch dann auch gegenseitig finden. Der andere Typ von IP-Adresse ist die LAN-IP. Diese adressiert alle Geräte in deinem Heimnetzwerk. Die Vergabe der Adresse übernimmt in der Regel dein Router. Wenn du jetzt Daten aus dem Internet empfängst, dann muss dein Computer klargemacht werden, für welches Programm diese Daten bestimmt sind. Und genau das wird mit Port-Nummern gemacht. Deshalb sind die Daten, die du für dieses Video hier empfängst, mit einem Port versehen. Dein Computer weiß dann, dass die Daten für deinen Browser bestimmt sind. Und dieser kann dann das Video wiedergeben. Jetzt wissen wir, dass IP-Adressen dazu da sind, damit die Daten bei dem richtigen Gerät landen und die Ports dafür, dass die Daten bei dem richtigen Programm landen. Jetzt kommt die Firewall ins Spiel. Denn vereinfacht gesagt blockt die Firewall jedes Datenpaket weg, das nicht von dir angefordert wurde. Wenn sich jetzt ein Freund mit deinem Server verbinden möchte, dann fordert er ja Daten an, beziehungsweise eine Verbindung. Die Firewall sagt dann, du kommst ja nicht rein. Deshalb brauchen wir jetzt die Portfreigabe, beziehungsweise die Portweiterleitung in der Firewall. Denn dann macht die Router-Firewall eine Ausnahme für alle Datenpakete, die die entsprechende Portnummer tragen. Dadurch kann sich dann dein Freund mit dem Serverprogramm auf deinem Computer verbinden. Noch ein Hinweis, die Warn-IP ändert sich bei den meisten alle 24 Stunden. Auf der Seite wieistmeineip.de kannst du immer deine aktuelle Warn-IP sehen. Diese kannst du dann deinen Freunden senden, damit sie deinen Server finden. Die Ports sind in der Regel von dem Programm abhängig oder können in einer Server-Config-Datei festgelegt werden. Wenn sich ein Freund mit deinem Server verbinden möchte, dann muss er beispielsweise in Minecraft oder Teamspeak deine Warn-IP eintragen, am Ende einen Doppelpunkt machen und die Portnummer hinschreiben. Damit kann er sich dann verbinden. In manchen Programmen wird auch ein Standard-Port vorausgesetzt oder verwendet. Dann lässt man einfach den Doppelpunkt und die Portnummer weg. Wenn ich Tutorials zu bestimmten Servern mache, dann werde ich dir die nötigen Ports sagen. Andernfalls kannst du mich danach fragen. Jetzt zeige ich dir, wie du die Portweiterleitung einrichtest. Drücke die Windows-Taste und R gleichzeitig. Tippe CMD in das Ausführen-Fenster und klicke auf OK. Gebe jetzt folgenden Befehl ein. IP-Config und drücke dann Eingabe-Taste bzw. Enter. Wenn du ein LAN-Kabel verwendest, schaue bei Ethernet-Adapter. Wenn du WLAN verwendest, schaue bei Wireless-Adapter. Notiere dir die IPv4-Adresse und den Standard-Gateway. Öffne jetzt deinen Web-Browser und füge die Adresse des Standard-Gateway ein. Bestätige die Adresse mit der Eingabe-Taste. Zur Erklärung, bei dem Gateway handelt es sich um deinen Router. Jetzt sollte sich das Login-Fenster von deinem Router öffnen. Das Passwort steht in der Regel auf der Rückseite deines Routers. Melde dich damit an. Das Menü sieht bei jedem Router anders aus. Suche nach dem Begriff Port-Forwarding bzw. Port-Weiterleitung oder Port-Freigabe. Wenn du das nicht findest, schau, was dazu im Router-Handbuch steht. Das findest du meist auch bei Google. Sobald du die Optionen gefunden hast, erstelle eine neue Regel. Die Router-Firewall soll die Daten an deinen Computer weiterleiten. Bei der IP kommt deshalb die Adresse von deinem Computer rein. Jetzt trägst du noch die Port-Nummern ein. Die 25565 würde man zum Beispiel für einen Minecraft-Server verwenden. Die Regel erstellst du für die Protokolle TCP und UDP. Dann noch die Regel aktivieren und auf Speichern oder Übernehmen drücken. Jetzt sollten deine Freunde sich mit deinem Server verbinden können. Falls doch noch Probleme bestehen, dann kann das an der Windows-Firewall liegen. Schau dir dann dieses Video an. Da zeige ich, wie du schnell und einfach eine Firewall-Regel erstellst. Schreibe mir auch gerne mal in die Kommentare, was für einen Server du dir erstellen möchtest und ob es funktioniert hat. Drücke auch gerne auf Like, dann weiß ich, ob dir das Video gefallen hat. Wenn du mehr sehen möchtest, abonniere. Ich sage dann tschau, mehr von mir findest du auf diesem Kanal.